Sie sind nicht allein, wenn es in Ihrer Familie mal drunter und drüber geht. Der Wahnsinn mit Mama, Papa, Kindern, der tobt überall. Auch bei FFH-Kollege Volker Willner. Bei dir und deiner Tochter Emma gibt es gerade ein Riesenthema, Volker. Ja, braucht man eine zweite Handyhülle? Ich mit meiner schier unendlichen Lebenserfahrung sage, nein. Davon hast du auch echt keine Ahnung, Papa. Soll ich etwa jeden Tag mit derselben Handyhülle rumlaufen? Äh, ja. Was macht denn eine gute Handyhülle? Sie hüllt das Handy ein, damit es auch mal in Rums verkraftet. Nee, die muss vor allem stylisch aussehen. Korrigier mich bitte. Du hast das Handy doch entweder in der Hand, da sieht man die Hülle fast gar nicht. Oder es liegt auf dem Tisch, Display nach oben, da siehst du die Hülle überhaupt nicht. Jetzt chill doch mal, Papa. Du kriegst ja gleich Nasenbluten. Ach, okay. Und damit ich auch wirklich chille, säuselt Emma mit ihrer sanftesten Stimme. Guck mal, die Hülle hier bei Amazon, die sieht doch echt super aus, oder? Schwierige Phase des Gesprächs. Entweder ich sage, das Ding da in Marmoroptik, damit sieht dein Handy aus wie ein Grabstein für Kanarienvögel. Sagt einer, der einfach nur eine schwarze Hülle hat. Oder ich sage, ja, finde ich gar nicht so schlecht. Dann folgt direkt. Darf ich die dann bestellen, Papa? Die kostet auch nur 12,99 Euro plus Versand. Für so ein flaches Plastikschälchen? Nee, komm, ich bin heute großzügig. Ich bestell dir eine Handyhülle beim Steinmetz. Für 12,99 Euro plus Versand kriegst du auch eine aus echtem Marmor. Papa, du bist so witzig. Wahnsinn Familie bei Hitradio FFH Kloch Kloch Vielen Dank.